hallo leute und damit herzlich willkommen zu einem ersten pack opening hier auf meinem kanal wie ihr oben links sehen könnt ich habe 20 euro fifa points gekauft und zwar 2200 und davon können wir uns jetzt natürlich ein paar packs kaufen ihr seht hier wir haben im moment das team of the season die aktion quasi und da gibt es eben so besondere packs und ich würde sagen wir ziehen einfach mal so viele bis halt die points leer sind da aus sind und sagen fangen wir mal direkt an natürlich logischerweise mit den points und hoffen dass wir mal ein paar gute leute ziehen gut los geht's jetzt sehen wir das erste set das ist irgendwie so ein spielerset ich weiß nicht also ich möchte halt von den todsätzen ein paar ziehen gut jetzt ist das ist jetzt mal nicht so überragend ich mal sagen eben eben nur spiele eben wie es ja auch da stand ich würde sagen auch darin ich füge dir jetzt einfach mal alle ich pack sie jetzt euch einfach allem auf die transferliste packt ich kann danach davon ja mal schauen wie ich quasi alles verkaufen kann von denen okay den vielleicht jetzt nicht den kann ich oder wohl doch ich hätte bis jetzt einen auf der transferliste das war max kruse in von dann habe ich da kann ich ja immer zeigen angeboten habe ich eine informer gekauft damit ich jetzt langsam mal loswerden hat bei mir auch ziemlich viele spiele gemacht 184 ja ist schon heiß gesehen also das war der war ich ganz cool wird jetzt mal ersetzt durch hahn ich kann sie jetzt mal zeigen hier durch andre hahn habe ich ersetzt informer weil er hat eigentlich einfach deutlich viel als deutlich bessere werte und okay das ist jetzt aber auch nicht das thema hier sondern wir ziehen weiter setzt sich mich einfach mal jemand geilen ziehen am besten den tods jetzt ziehe ich mal hier so ein pack ich glaube das sind eh sinnvoller ja ich glaube ich ziehe eher die jetzt go 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 weil das sind die 24 objekte drin und eben auch verträge und so und da habe ich nämlich auch kaum noch welche mittelstürmer kasano sagt mir jetzt so gar nichts ehrlich gesagt ja gut jetzt auch nicht auch nicht so das beste irgendwie da geht's also verträge sind für mich im moment eigentlich mit am allerwichtigsten weil ich habe keine mehr also wenn wir ein tods ziehen würden wäre natürlich der hammer oh ein belger was kriege ich denn da gerade eigentlich für mails die ganze zeit ich mach jetzt kurz mal leise hier witzel ach den kenn ich sogar den kenn ich zufällig sogar oh oh was den habe ich einfach schon als ob der ist doch richtig scheiße der war der ist cool ach du je leute das wird glaube ich nix mehr ja was hab ich denn auch schon habe das ist einfach so ein random ball oh gott das ist ja der größte reinfall ey und spaß warte wenn ich jetzt so eins ziehe habe ich 600 dann ziehe ich erstmal ok jetzt ziehe ich erstmal noch so eins von denen ach komm leute eins wenigstens ein guter spieler wird auch dabei sein oder einer komm schon bitte palacio direkt gesehen dass der das ist dann habe ich doppelt sogar den hatte ich schon oh leute ey heute wills irgendwie nicht egal los gehts komm schon bitte bitte einfach jemand gutes das ist fair doch nur fair ganz ehrlich ich weine gerade oh mein oh mein oh mein oh mein oh mein oh mein fucking god das lieben mal hier auch noch komm ziehen wir erst das pack bitte bitte leute ich ich bete hier gerade wirklich komm bitte lasst einfach was drinnen sein was gescheites bitte 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 wer ist denn das wer ist denn das boni naja geht schlimmer ne wenigstens rare gökhan inle gökhan hey bruder komm letzte pack jetzt leute das letzte pack wir beten alle also ich bete bitte 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 ein guter ein guter bitte 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 das ist so nice wer ist denn das kappa kabai johann kabai johann kabai johann kabai ojojoj der ist auch nicht so ach die scheiße leute wirklich ist gerade das das war ein bisschen erniedrigen gerade ich bin ganz ehrlich viel schlechter geht es eigentlich nicht oh je irgendeine south african liga als ob ich eine afrikanische liga mache also wenn ihr da bock drauf habt lasst ein like da und ein paar wochen gibt es gibt es wieder ein back opening also ziemlich sicher ist nicht ganz sicher aber ziemlich sicher das nehme ich dann auch wieder auf und dann ähm zu mir da vielleicht was besseres das war jetzt heute leider nix aber ich meine was will man machen ne das oh ein bisschen nicht verpassen ja genau das Liga Team die hätten wir ziehen können hier warte die kann ich euch dann nochmal zeigen die hätten wir ziehen können die hätten wir ziehen können haben wir leider nicht ähm aber egal wir haben bald wieder einen Versuch soweit ich weiß lang dauert es nicht und dann gucken wir mal ob wir da was bekommen wenn wir sagen Dankeschön fürs Zusehen ich hoffe ich hat's gefallen das Back opening dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video macht's gut liebe Leute haut da rein und ciao